So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Wir sind jetzt hier bei Mission 5. Und irgendwo im Sumpf. In Afrika, weil der irgendwelche speziellen Lieferungen macht, der Typ. Hier, Makarov. Und ja, wir sollen das halt verhindern. Wieder aufgetaucht. Was habe ich hier für eine Waffe? Oh, das sieht aus wie eine Sniper. What the fuck? Ich bin immer noch verletzt. Und ich bin immer noch verletzt. So, bam, weggefetzt. Hm? Was ist los? Ah, gut. Vorwärts. Da war doch nur ein Typ drin oder was? Oh, man. Warum habe ich denn jetzt überhaupt eine Sniper? Hab ich noch eine andere Waffe? Cool. Die mag ich lieber. Die mag ich lieber. Fuck off. Was ist hier los? Der raucht also. Okay, häufig ist das dann. Das ist wieder so eine Mission, wo man so leise sein muss und alle nacheinander ausschaltet. Ich mag das bei Price. Ich liebe Waffen mit Schalldämpfer. Und Rotpunktvisier. Ah, diese behinderte Waffe. Warum haben die denn diese Waffen? Mann, die hatten doch gerade die Amis noch. So, mich gar nicht. Okay, ich tue nichts, Thomas. Wollte gerade ernsthaft F5 drücken für Schnellspeichern. Okay, bereit machen. Wie? Toll, wir warten einfach, bis der verreckt ist und dann sch- Mann. Runter! Runter von der Straße! Die merken ja gar nichts mehr. Schnell! Das sah voll so aus, als würde der schießen. Soap. Mein altes Ich. Unser altes Ich, meine ich. Jetzt leckst du Spiel, aber zuhör. Das ist ja komisch. Naja, zumindest sch- 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 Zumindest ist das nicht so oft. Gut. Sekunde. Wenn wir die angreifen, kommt wahrscheinlich das ganze verfickte Lager hier an. Mann, ich will die aber jetzt alle umbringen. Naja. Das war echt perfekt geplant, ey. Ich wusste nicht, auf welchen er schießt, aber. Voll das perfekte Team, Alter. Ich bin voll überflüssig. Wir wurden entdeckt. Aha. Von einem Typen, der jetzt tot ist. Ah, deswegen habe ich die Sniper. Geile Sache. Beschützen. Mache ich entdeckt. Von wo? Ach, da. Oh, da. Nachladen. Wo, 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 wo. Wo? Wo, wo? Da. Ist der gerade mit verreckt? Alter, wie geil. B oder V zum Zoomen? Warum denn B oder V? Hm. Ohne. Nikolai, die Fabrik ist eine Sackgasse. Na, Karow ist nicht da. Er muss sich ins Militäre Hauptquartier in der Stadtmitte begeben haben. Dann gehen wir jetzt dahin. Achtung, wir haben Gesellschaft. Hm. Hier wurden entdeckt. Hm, ja. Wo denn? So, was haben wir es selbst. Juri, lau. Was? Wohin? Okay, mach ich. Entdeck. Voll die tote Kuh. Armer Kuh. Was ist das? Was ist das? Feinddaten? Nein, das ist nur ein Computer. Warum? Was zum? Oh, schon ein Spiel gespeichert. Da bin ich gar nicht gelaufen. Ich soll vor... Hallo? Ich glaube nicht, dass ich das gerade richtig mache. Ich soll einfach die ganze Zeit rennen? Oder wie, wie, was? Nee. Die sind doch auch noch hier. Kein Wunder, Alter. So. Mal sehen, was hier so abgeht. Das war jetzt so aufschlüssig. So, jetzt sind wir hier oben. Leider keine Feinddaten hier. Hm? Hm. Hm. Ha. Der ist echt unsterblich. Alter. Ach, der ist schon tot. Ist bestimmt... Jawohl. Feinddaten. Hihi. Reihe von 46. Was ist hier? Ich glaube, hier bin ich falsch. Was soll ich denn da? Ach, ich muss dem Typen folgen. Ja, klar. So. Worauf schießt denn der? Wo soll ich denn hin? Oh, es ist jetzt laggt und es ist eine Ganatenwarnung da. Oh, das war nochmal knapp. Na ja. Zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, als ich Sound lag. Zumindest ist das nicht so oft. Ich weiß auch jetzt echt nicht, woran das schon wieder liegt. Aber ich guck. Halt. Dann nochmal. Ach, ich soll mich verstecken. Hups. Shit, shit, shit. Nein. Ja, die schießen ja noch mehr. Alter. Weg. Nein, das geht nicht. Hinlegen. Nein. Boah. Naja. Zum Glück haben wir gerade gespeichert. Dann lege ich mich jetzt einfach hier hin. Chill einen ab. Hehehe. Was? So, heils aber. Huhn. Huhn, huhn. Hehehe. Warte. Huhn. Bereich sicher. Der redet so komisch. Warum gehen die unten lang? Achso, die gehen nicht unten lang. Ich verstecke mich hier. Wo? Ach, das Autotyp. Viech. Ja, ja, ich bin ja dran. Ach. Ich hoffe, das war's. Ich helfe. Kann das Heif laufen? Ich hoffe nicht. Oh, meine Maus ist komisch eingestellt. Irgendwie. Im Takt vorne? Wo ist denn vorne? Oh, oh. Ich schieße mit der Pumpe. Nein. Boah, ich wundere mich schon, was mit dem denn passiert. Und auf einmal fliege ich selber weg. Ich stehe einfach wieder auf. Alter, jedes Mal. Was habt ihr denn? Was soll ich dachten? Ich stürze natürlich mal wieder ein. Welcher Turm? Was gibt's da jetzt noch? War voll der Headshot, Alter. Ups. Jawohl, jetzt darf ich Mörser schießen. Nein, ich freue mich. Oh, shit. Das war viel zu weit. Doch nicht. Nein, schieß. Schieß. Wir müssen zur Kirche. Was? Da war noch ein Ziel. Mann, ich wollte weiterschießen. Er nimmt das ganze Teil einfach ab. Geil. Sie hätten sie nur dort hinbringen können. Wenn sie nicht da ist, ist sie schon unterwegs nach Europa. Hoffentlich hat er recht. Hallo? Ach so. Wow, 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 wow. So ja nicht. Hahaha. Da drin sind mit Sicherheit Feinddaten. Ich will da rein. Au. Ich will da jetzt rein. So. Ach, von hier aus hätte ich auch einfach reingehen können. So, hier sind bestimmt Feinddaten. Hm. Nein, doch nicht. Oder war das da was? Ne, da war ein Typ drin, ne? So, was war das hier? Ja. Aktivität! Jetzt hast du Angst. Jetzt hast du Angst. Hä? Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Der auch nicht. Oh. 9 Uhr. Das ist aber nicht 9 Uhr. Oder? Keine Ahnung. Oh, no. Sterb! Mann, ich denke mal, Price ist so ein Miliz-Putz wieder. Ich mache nächstes Mal wieder Lock-Frame-Rate. Aber trotzdem die Framerate auf 30 statt 25, glaube ich. Hm, irgendwie so. Muss ich mal gucken, nochmal ein bisschen rumprobieren. Mann. Ah, hier schießt noch einer. Egal, den ignorieren wir einfach. Mal wieder ein zerstörtes Haus. Kommt hier hoch? Spiel gespeichert. Oh, ich sehe keine Kirche. Ach so, da. Das ist okay, es ist ja los. No. Nein. Immer wenn die sagen, schnell, springt ihr dahin, renne ich dahin und dann sind die noch ganz weit hinten, Alter. Mann, scheiße. Ich fuchtle die ganze Zeit voll mit den Armen rum, wenn ich mich aufrege. Dabei seht ihr das ja nicht. Ja, einfach mal kurz da eine Granate hin. Hier mal kurz eine Blend-Granate. Das war's Soap. Ja, ja, ich komme ja schon. Mach schon mal vorne mit, ich freue mich. Komischen Typen. Ich gebe euch Deckung, ihr könnt da hinrennen. Ich muss dies. Ja, ja. So, reicht dir das? Meine Fresse, stirb. Mal gucken, was du dazu sagst. Ja, da sagst du gar nichts mehr. Ist das schon Price? Ja, das ist echt Price. Ja, toll, ihr seid auch beide unsterblich. Ich kann nicht so weit nach vorne rennen. Ich kipp die ganze Zeit hier um, aber dann steht einfach wieder auf. Oh, meine Fresse. Ja, dann renne ich jetzt eben vor. Yo. Ja, klar. War doch klar, dass das passiert. Ach, hier war ein Speicherpunkt. Gut. So, wie sind die Schüchte. Mann, diese Behinderten-Lags. Was ist denn los? Das nervt ja echt, Mann. Ja, gehst du auch mal weiter zur Kirche? Soll ich das jetzt alleine machen, oder was? Ja, gut. Oh, du behinderter Hund. Alter. Oh, da hinten ist auch noch einer, aber der ist jetzt minimal. Wie weit soll ich denn noch vorwärts gehen? Du bist noch hinter mir. Oh, jetzt bin ich hier fett in der Kirche drin. Was ist das denn? Wo war das? Wie will ich? Nee. Mal ausprobieren. Ne, ne, ne. Die ist mir zu laut. Oh, ja. Was ist gut los? Ja, liegt es da noch rum. Kurz abschließend. Hehehe. Haben wir jetzt alle? Oh, eine fehlt. Schade. Was soll ich machen? War doch klar, mal wieder. Ich mal wieder, ne? Battle. Battle. Ach, ich muss gar nicht so voll. Fuck. Wieder mal ein Achievement. Hey. 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 Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Freigate Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nach Herford durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde. Eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zur Zeit nichts bekannt. Roger. Mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie hier. London also. Wir sind jetzt in London, bin ich zumindest der Meinung nach England. Ja, ich glaube London. Ich bin jetzt in London. Vorsicht an der Bahnsteigskante. Naja, auf jeden Fall. War es das jetzt mal wieder mit diesem Part? Das war jetzt Part 5. Diese Mission werden wir im nächsten Part dann machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht einen Daumen hoch, abonniert uns. Schaut mal bei den anderen Let's Plays vorbei, wenn ihr mögt. Äh, ja, ich bin Bodder. Das habe ich mal wieder vergessen zu sagen. Und damit verabschiede ich mich hiermit von euch. Jetzt. Drinne. Und tschau. était mal bei den Lasten dude, aber...